Es ist ein Krug zerbrochen worden, Hürich? So, ein, ein Krug, ein. Was ist denn Krug geschehen? Was ist denn geschehen? Habt ihr ein Urteil schon gefasst? Ihr Liebrecht. Wer? Oder Ubrecht? Wer also war's? Liebrecht. Oder Ubrecht? Ihr greift, ich seh mit eurem Urteil ein, wie ein Antich einen Sack voll Erbsen. Mit der heiligen Mütze sah man den Erzbischof von Arras stehen. Den hat der Teufel ganz und gar beruhigt. Sein Schatten noch fällt lang noch über's Pflaster. Bin ich der Teufel? Ist das ein Pferdepilz?